ja hier kannst du mich nicht aufheben war scheiße lasst mich hier runter herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge dead by daylight wir sind schon wieder eine neue map fauligen feldern ja schon wieder eine andere ne ich bin team leader ich carry gerade die ganze gruppe ich war als erstes beim jen wohl zum anmerken ja das ist essentiell für den kompletten runden ablauf wenn ich euch nicht mitteile dass ich das auch erst der stirbt wie immer ja ist wahrscheinlich weil ich der beste im sterben und fettfänger wenn ich panik kriege aber glücklicherweise deswegen sage ich ja zu dir mal fettrick passt doch ist nicht der geist so ein schwein huch das war dumm ich habe neues gemacht also nein ich habe die palette vor mir runter geschmissen hallo tritt jemand nicht über mir kaputt ich könnte einen splitter abkriegen ja brech halt ja genau er schleppt mich im keller ich habe die palette ich habe die palette aussehen vor mir umgeschmissen ja 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 einheiten gen fertig ich habe es mitgekriegt kann sehen bist du das der erste gewesen der den ersten gen gemacht hat ich habe den ersten angefangen ich bin halt in allem der erste wer der beste sein will muss in einem der erste sein hast du ja ja das hat nichts mit skill oder so zu tun ist er denn jetzt hingelaufen er macht den gen er hockt da auch nur rum ich bin das einer läuft aber ich habe nicht das gefühl dass er zu mir kommen möchte ach so er läuft gerade vom killer weg er hat eine palette umgeschmissen jetzt rette mich doch du bist eh wounded ich komm doch du kommst auch oh ja aber der killer ist hier in der ecke ne oder egal du liest ja wo der killer sich gerade auffällt oh shit ich habe schon zwei striche nur weil ihr getrüttelt habt okay komm erst mal weg hier hier ist eine box erst mal weg erst mal weg der killer kommt ist er weg ich weiß nicht bin im maisfeld ich bin unten du der mai der mai der meistens überreif der ist auch shit gar kein mais mehr dran oh warte mal der dude hängt da hinten ich rette den gleich ja ich lauf hin na ich lauf hin ich bin im allen der erste wer schreit da was ist passiert du hast den schon abgehangen ja okay ich bin jetzt im maisfeld ich mach den gen kannst du mir helfen das ist meine quest ich muss hier partnerarbeit leisten da steht aber nicht so weit weg wollt ihr den auch retten ja jetzt ich hab jetzt hier jeden gerettet wer bin ich denn wo kommen wir denn da hin ja können ja wo mal andere machen ja meine ganze landwirtschaftliche arbeit bleibt liegen ein zombie wo kam er denn her jesus christ was ist das ein zombie das ist glaube ich ein perk den er hat also so ein gut dann rettet den typ halt keiner ich mach das scheiße ja ich bin ein held wieso kann ich ihn nicht mehr sehen ey das gibt's doch gar nicht deswegen mach ich erst die totem kaputt jetzt ist er gerade abgehangen worden gut dann häng ich ihm dich ab aber nur weil du mir auch geholfen hast meinst du jetzt mich der killer ist hinter mir ich bin geflasht alter ich hab hier auch nix wieso bin ich so langsam keine ahnung wo er ist ich komm hier nicht rüber ich komm da nicht rüber mann was ist das für ne kackrunde ich kriege nur auf den latz oder was ja da da ist mit mir gewesen ich konnte ja nicht rüber springen warum kann ich denn über den strohbein nicht hüppen wieso hab ich denn eigentlich eine werkzeugkiste mit und keinem verbandskasten was ist das denn ich glaube ich hab einen wahnkrampf ich glaube ich hab einen wahnkrampf gehabt du ich kam da nicht rüber ja kacke ich hab keine kein dings ich hab einen werkzeugkasten scheiße und ich konnte mich abhängen och mann du hättest nen haken gleich kaputt machen können ja ja jetzt zu spät du hinterlässt übrigens ne blutspur ja was soll ich denn machen ich lass ja ungern dem klugscheiß heraushängen gerade weil ich so ein profi bin aber verbandskasten wär gut ne halt die schnauze ich hab jetzt nen haken kaputt gemacht ja das ist ja das wird ja richtig mein tag ich merke das schon du bist mit allem der erste sagst du doch ja aber auch nur weil ich einen wahnkrampf hatte das ist ne schwere sportverletzung da kannst du nicht einfach mal über den strohbein hüppen da bist du am arsch ich bin ja auch als ich zu dir laufen wollte und dich retten bin ich direkt an dem killer vorbeigelaufen ich hab noch gesehen wie der meist sich bewegt hat oh jetzt ist er bei dir oder also in der nähe in der nähe meine ich warte ich guck mal ob ich von dem anderen aus gucken kann oh egal ich blute wie sauer er guckt auch nicht durch die gegend oh gott hab ich mich erschrocken hast du das gesehen ne ich hab gerade geguckt ob du drei bahn hast mein bild eben ich hab voll mich so erschrocken dass ich die maus hin und her geschmissen hab ne ich hab gerade bei den anderen geguckt ob du freie bahn hast um wegzulaufen ey mir ist gerade voll schwindelig ja ich bin auch gleich tot na guck mal vielleicht retten die dich ja noch ey der eine liegt schon wieder ja der kriecht ein bisschen umher ja blauschopf hat vielleicht ne ne hat er nicht er hat genau zum killer gelaufen ja er hat aufgegeben wir sind am Arsch wir sehen uns gleich wieder der hat zwar so nix das lassen wir so nicht stehen so wir haben ja gesagt wir lassen das nicht so im raume stehen da sind wir wieder aber dieses mal müssen wir auch bisschen was gescheites hinkriegen sofern Jatze nicht wieder fettfingert weil sie Panik kriegt ah genau du bist jedes mal der erste der da drauf geht ich bin auch jedes mal derjenige der zum killer läuft jetzt hängen alle hier rum und der kommt gleich hierher wie bist du auch bei uns ja ich war die erste die hier dran war bist du auf der Rückseite ach cool ich hab mich gar nicht gesehen hi oh wie doof ist er oh warum ich sie hat sich teleportiert sie hat sich teleportiert ok sie kommt dir wieder hinterher ah du machst das super genau durchs Fenster ich bin mir nicht so ich sehe sie jetzt nicht hat sie dich jetzt aufgegeben oder ich hab sie gerade gesehen dies muss eigentlich immer noch in der Nähe sein ich höre sie ja es ist ein bisschen weggegangen die hat den Generator kaputt gemacht weißt du eigentlich wie lange wir hier zu dritt dran gesessen haben komm Buddy setz dich zu mir hier ist easy den machen wir eben fix fertig was machst du denn da Junge du lockst die doch an hier musst du Space drücken steh doch da toll gut gemacht ich bin weg mein Freund ey der konnte das irgendwie noch nicht so aber das könnte ich sein am Anfang war ich genauso oder ich die ersten sechs Runden die ich gespielt hab wo ich einfach nicht wo ich nicht gelesen hab dass ich Space drücken muss wo ich immer die Maus geklickt hab ich wusste immer nicht hä warum wann muss ich das drücken aber es kommt vorher ein Ton und dann weiß ich gleich muss ich drücken ich hab ich hab immer nur nicht gerafft dass ich was anderes machen muss als die Maus zu klicken also ich hab immer die Maus geklickt und hab mich immer gewundert warum das nicht funktioniert scheiße ist sie bei dir? ja nice heiz sie mal ein bisschen auf ich mach hier grad den Generator zum dritten Mal mal gucken wenn er nicht wiederkommt kann ich den ja vielleicht fertig machen bevor sie wieder da ist voll das freut mich sie kommt schon wieder hierher oh die hat den kaputt gemacht die blöde Kuh oh ich bin wieder zu ihr gelaufen weil ich so gut bin oh das ist ja doof das ist ja das ist ja sehr unpraktisch und er ist wieder der erste ähm Palette umschubsen bringt nicht unbedingt was denn ja hier kannst du mich nicht aufheben war he 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 ach scheiße lass mich hier runter nein das ist doch so was ich wusste nicht dass also ja gut ich habe gelesen sie kann sich durch Wände teleportieren dass das für die Paletten zählt wusste ich nicht so wer ist denn da im Maisfeld? du nicht ja ich mach grad einen Djinn kriegt ja keiner hin ja ok ich werde wohl nicht gerettet werden oder hat sie ihn nicht gesehen? oh sie hat ihn nicht gesehen rettet dich einer? ja jein was? also schon aber ja was denn nun? ja ja ich laufe wieder oh willst du mich verarschen? er hat sich für mich geopfert also hängt da jetzt ein anderer oder was? ne noch nicht aber es kann ach verdammt kannst du mal vernünftig reden? ich laufe extra zu dir hin jetzt laufe wieder weg nein laufe wieder weg laufe weg ja es hängt es hängt absolut niemand es flieht jemand bist du aus dem Quark kommst da ey jetzt hör aber auf du tust ja so als würde ich um den heißen Brei herumgehen ja ne so ungefähr ja was denn du ja das war doch ganz präzise das sind doch ganz präzise Angaben ja jetzt schillt die hier hinten an meinem Gen oder was? jetzt lockt die doch mal weg hier ich will hier mal ein bisschen Repair machen das kann doch nicht sein dass ich hier fünfmal an diesen Generator ran muss hier steckt doch der Wurm drinne da läuft ein Stück wo ist sie? ähm irgendwo auf der Map glaube ich oh du bist so blöd ey aber ich bin mir nicht sicher das könnte auch das ist mir klar aber wo? bei mir ja und wo bist du? äh in einer Ecke ich habe mich in eine Ecke manövriert zeigt ihr mir gar nicht mehr die Schöne? ich bin weg von hier so den Generator haben wir schon Leute seid ihr? ich kann euch helfen die hat doch einer eine Waffe da die versucht die ganze Zeit einen Vogel zu imitieren oder sowas ich höre aber ich sehe nicht ah ja da schwebt sie das ist ja hi aua oh ist der doof ich muss mal eben mich schraub ab wenn du das nicht kannst wer ich? ne hier der Typ alter ist ich gehe gleich weg dann mache ich mir einen eigenen Gen ja tschüss ich bin ähm nimm den Trottel da wieso weiß die denn wo ich bin und ich bin so langsam das gibt's nicht wieso bin ich denn so langsam? gibt's da für einen Grund? ich kann jetzt nicht schon wieder aber wo hängst du? links oder rechts? mhm von dir aus gesehen links oha das würde aber eine knappe Kiste wenn ich gesagt habe wir können das nicht so stehen lassen sie ist bei mir sie ist bei mir sie kämpft sie kämpft jetzt musst du tanken ich heile mich noch das wäre jetzt echt taktisch unklug wenn du bei mir vorbeiläufst ich kann mich nicht fertig heilen mein mein Verbandskasten ist leer hängst du auch? oh noch nicht aber hier ich hab einen Hack so eine Kacke hier ok ich ich hole Hilfe nein geh weg ich bin im Mais du kannst mich gar nicht sehen warum bin ich so schlecht heute Schatz weiss ich nicht ach ja ich bin ja tot danke dafür ach schön du bist tot ja 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 der erste oder nicht willst du auch immer die Nummer 1 sein hier ja der ist unfassbar jetzt kann ich so nicht stehen lassen ich kann das ich kann das so nicht stehen lassen bis ich gewinne das kann doch nicht sein das ist doch unnormal was ist das für ein Tag heute so wenn ich jetzt wann dann alle guten Dinge sind 3 immerhin wir konnten das ja nicht so stehen lassen wir haben hier ein paar Survivor ist hier nicht auch ein Gen? ne eine Kiste ja hier vorne ist gleich ein Gen das ist doch oh ne äh irgendwo bei mir ah ok längst zwischen schnab das ist gut ich bin jetzt mal mal reparieren bei er kann doch nicht so schwer sein wir brauchen 5 Gents und dürfen nicht 2 mal hängen oh du bist verletzt guter Fähigkeitscheck guter Fähigkeitscheck ja oh großartiger Fähigkeitscheck großartiger Fähigkeitscheck wo ist er denn? du musst auf seine Zentakel aufpassen immer noch bei mir ja was soll ich machen? ich kann nicht mehr jetzt laufen der ist wie so ein Oktopus ja der läuft mir die ganze Zeit hinterher naja jetzt trägt er dich eigentlich auf Händen was für eine Scheiße jetzt häng ich mal als erstes weg ja ja das ist ein gutes Zeichen es läuft glaube ich auch einer zu dir oder? also einer ist hier eine Kiste bei aber grundsätzlich ich hab ja nicht mal ein Medikit mitgenommen kommt einer zu dir? sehe ich keinen ok dann komm ich Jen ist schon fast fertig warte ich geh ich geh straight zu dir ja genau jetzt läufst du auch hin oder was? wir brauchen deine Hilfe nicht ja geh weg das sind meine Punkte du Schwein ja doch Achtung der Oktopus ist da ah ok jagt der wieder dich? nein ok dann mach ich mal den ersten Jen fertig ich war Teamleader hier ich carry ich dürfte eigentlich nicht so eine große Klappe haben oder? ich glaub das bringt Unglück der läuft hier lang ey die sollen abhauen naja laufen so zack ein Jen fertig oh komm ein Zombie wie vor krass wer läuft denn da so komisch? ach Gott die hab ich ja schon wieder vergessen auf die hab ich jetzt gar nicht geachtet bist du noch verwundet? nein ne ich müsste auch mal so eine Kiste vielleicht blündern warum? damit ich mal so ein Medikit oder sowas finde na so ich bin am zweiten Jen was machst du so? ich lauf vor dem Killer weg schon wieder? nein hast aber einen abgekriegt wa? der ist zu gut ach mega schlecht ist der ich hab mit dem noch gar nichts zu tun gehabt so schlecht ist der ja verfolgt der dich immer noch? ja ja ok oh du bist ja ganz schön dicht zu mir gekommen ich häng dich gleich ab alles cool ah wo hängt er dich denn auf? an einem Haken ah ok oh ziemlich mittig das ist aber ich bin gleich tot aber nicht nicht versuchen dir selbst abzuhängen ne ich hab nur ok warte ich komm zu dir weil der Killer ist sowieso bei mir ok ok Achtung Achtung ich hab ihn mitgebracht viel Spaß er ist schon wieder weg ist er das da hinten? ah ah Zombie dann wäre der aber mega langsam oder? ja ich glaube der war eben bei dem Jen an dem ich war ich kann mich nicht mehr heilen ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich da wieder hingehen sollte intuitiv würde ich sagen ja geh mal ruhig wieder hin was soll da schon passieren man tut ja so oh du ne große Schnauze du bist die ganze Zeit an der ist das draufgegangen du Affe man man tut ja immer so als wenn hier irgendwie ein Killer rumlaufen würde oder sowas aber tatsächlich ist ja hier nix los ne was war das für ein Geräusch jetzt hab ich Angst so schon zwei Gents fertig gemacht hallo oh 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 ein Zombie äh 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 Entschuldigung ich muss mich kurz unterhalten nach dem Weg fragen warte ich muss mal kurz gucken ob ich hier unauffällig wegkomme scheiße ich glaube er hat mich gesehen oh er hat mich gesehen ich wollte dieses scheiß Totem kaputt machen aber ich find's nicht oh mein Gott alter ich muss hier rein ich bin schon wieder langsam ja äh äh Kiste das verklappt nein das war die Knappe hat mich da wiss so eine ich bin so schlecht heute ich bin einfach so schlecht was ist denn los ein Totem ist Schrott äh gestern die geilste Verfolgungsjagd meines Lebens gehabt und keine Todaufnahme und heute sowas das kann das kann nicht das ist so unfair ich mach nen Zombie ok ich werd abgehangen das ist so verflixt unfair ich bin heute einfach zu unfäh ich komm mal mit wenn du mich schon rettest dann mach mich auch mal heile komm wir gehen nach oben cool ich geh alleine hoch da guck ich einfach ob hier vielleicht ist ja hier noch ein Medikit für mich drin oh bitte ne was haben wir denn da ein Werkzeugkasten nein er hat mich doch noch gesehen scheiße ja immerhin ne ich dachte er läuft an mir vorbei im Werkzeugkasten können wir auch was cooles machen hier Sabotage auf Wiedersehen zack bist du schon tot? ja warum das? kacke ich hol mal was zu trinken ja ich mach mal ein Jen Heide ich rock die round jetzt ich müsste vielleicht einfach mal mehr gucken wenn ich weglaufe ja heute ist so doof für oh hier ist ein Totem warte mal ganz so viel Hilfe will ich ihm ja nicht bieten ne was war das okay jagt da wen anders hey reparieren die sich irgendwann wieder scheiße ich dachte er ist dauerhaft kaputt äh doof hätte man das anders teilen müssen irgendwie hab ich das Gefühl dass er jeden Moment hier rumkommt der muss doch oh da ganz hinten das ist gut dann war ich jetzt hier schnell fertig und dann bin ich weg das ist nämlich der letzte Jen du dey du dey denn hab ich die Runde gerockt du dey du dey die einzige Kacke ist natürlich ich bin verwundet so jetzt laufen wir den Killer entgegen damit rechnet der nämlich gar nicht öffnen hier die Tür lassen den Dude zurück ja der hängt gar nicht mehr der hängt ja gar nicht mehr kommt Leute wo seid's da hin ja wunderbar ist jetzt nicht dein Ernst ach gute Tat vollbringen weglaufen gute Tat vollbringen weglaufen ein Mann rein im Herzen es muss eine schwere Entscheidung treffen aber ich bin verwundet das ist halt Kacke du bist ja nicht so ein Problem ich? warte mal nee da ist die Tür wo hängt der äh hängt im Keller am Arsch ja ja die hab ich auch gemacht nachdem ich den letzten Jen repariert hab lauf er kommt nein er kommt nicht nee den anderen hätte ich jetzt der ist im Keller ich geh nicht davon aus dass dass ich den hätte retten können hab's aber auch nicht versucht anti-made good boy good boy und wir haben endlich mal ne Runde geholt endlich haben wir's mal zum Ziel geschafft alter du nur naja ich bin ja quasi Bier ich spiel gut genug für uns beide du hast ja quasi das Schwierigkeitslevel erhöht indem du dich geopfert hast damit wir nur noch drei Survivor sind ne ich hoffe die Runden haben gefallen war ein schwieriger anstrengender Abend haufenweise Pech heute ist nicht mein Day wir sehen uns trotzdem das nächste Mal wieder wenn's euch gefallen hat lasst gern ein Like da bis dann macht's gut ciao 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 ciao